Ich schwätz hier jeden weg. Alter, hinter mir. Was dann? MP-MP-11? Ja, Mann. Das brauchst du nicht mehr. Kleine Mini-Utzi. Ich will die coole Scheiße haben. Das Deck ist nicht aufgekauft. Scheiße. Da, mach mal. Scheiße. Oh, nee. Oh, nein. Ich bin tot. Ich verbluten. Halt, halt, halt. Nein, ich bin gleich weg. Alter, du hast die Laser-Prosse. Hütungs-Prosse. Ah, wieso hänge ich hier? Hätte mir. Naja. Und ne Bombe, Bombe. Scheiße. Alter, ich will die auch Laser-Shotgun. Scheiße. Okay. Boah, mir kommen übelst viele. Nein! Scheiße. Ich wurde eingekesselt. Scheiße. Scheiße, Mann, Alter. Egal. Alter, ey. War ja mal überhaupt gar nichts hier. Komm, nochmal. Wenn ich Laser-Shotgun hätte, wäre alles perfekt. Ja, ja. Du hattest doch einfach nur Glück. Ja, ja. Ich esse, ich esse, ich esse nix. Nein, Mann. Und wenn ich das so sage, stimmt das auch. Komm schon, wach auf. Scheiße, wo bin ich? Ich weiß es nicht, aber das stinkt nach Atlas. Hier wimmelt es nur sofort infiziert. Komm schon, wir müssen die anderen finden. Du Schlingel. Okay. Alter, du. Einmal rumgelaufen. Ey, ich krieg hier überhaupt gar nichts ab. Ja, du hast schon 1000 Punkte. Nee, Mann, jetzt will ich es auch nicht mehr. Zeit für eine Versorgungsrunde, Leute. Gängst du dieses Schiff, Kahn? Scheiße, Mann, ey. So. Das ist nie hier oben. Ja, Mann. Die Oberte, äh, keine Ahnung, was das hier für eine Grütze ist. Aber es ist auf jeden Fall, es qualmt. Keine Ahnung, was das ist. Na, die Säure da am Rohr, was da durchläuft. Aua. Du hast mir den Arsch gerettet. Schon wieder 2000 Punkte hier. Oh, es hackt. Ich glaub, der ist schon. Oh, er geht hier hinterher. Bei Ausrüstung ist Ablass nicht geizig. Man muss ihn nur finden. Ja, Mann. Standard. Oh, voll scheiße, ja. Scheiße, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, mach mal. Du hast nur die Scheiße gezogen. Äh. Ja, Mann. Die Schrotflinte ist geil. Imr. Was? Du hast grad gesagt M. Und dann mehr nicht mehr. Nein, ich hab's gesagt. Nein, nein, nein. Alter, noch einen Schlag. Ich bin tot. Ja, ja, mach ich schon. Ich hab gedacht, du tust das. So, ich hab die One-Hit-Pistol. Oh, was für ein Glück. Ja, Mann. Nee, Mann. Das ist alles? Scheiße, bitte. Bis dann, Fido. Immer noch. Du musst es mir nur bloß erklären. Ja, du hast andere das machen lassen. Scheiße, der Drucker ist kaputt. Scheiße, der Drucker ist kaputt. Ja, Mann. Getroffen. Neu. Was geht besser? Scheiße. Oh, eine vernünftige Waffe. Die Waffen reichen mir nicht aus. Hö, hö. Boah. Ja, ey. Ja, Mann. Die haben so am Körper so was Rotes, oder? Keine Ahnung. Ich brauche gar nicht nachher. Alter, wie du hier Rambo durchgehst. Alles klar, ist ganz normal. Kannst ihr Penner mich kurz decken? Muss nachladen. Lade nach. Brauche Deckung. Ja. Jetzt nicht mehr. In Ernst, ey. Hinter mir, hinter mir. Alter, ich bin echt rot. Voll in der Luft. Hallo, Schönen. Das war der Kopf. Ja, Mann. Ich kopf nicht so weit. War wohl nichts. Ja, 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 ja. Exo. Oh, da sind Punkte. Du Geier. Wie immer. Standard. Hä? Hast du Teleport-Granade? Mann, war das schön. Hä, aber... Waren, waren die Punkte hier? Muss nachladen. Achso. Ich hab gedacht, sie sind dran. Ich weiß nicht. Äh, Teleport-Zombie. Und der Rasenmäher ist wieder unterwegs. Heilige Scheiße! Die Kiste. In der Krankenstation? Ja, der Drucker hier funktioniert noch. Ah, Strom... Strom ist noch nicht mal angeschaltet. Okay. Ah, das ist M1. Boah, Waffenkammer ist doch oben, oder? Scheiße, Mann. Echt zu viele. Holy shit. Uh-oh. Mich ist keiner Arschloch! Könnt ihr pennen mich kurz weg? Na, na. Ja, Mann, geh mal da hin. Ich geh mal noch tun. Ja, Laser-Shockern. Bombe. Haha. Das nennt man können. Ja. Geil. Kein Schritt näher! Beste. Muss nachladen! Shit. Keine Ahnung, Sacker. Vielleicht sind wir es hier. Jetzt hab ich alles, was ich brauche. Haha. Äh, hier die Laser-Shotgun und die ASM-1. Ich punch die auch. Ich punch nur die, äh, hier, die Laser-Shotgun. Das war geil. Hallo. Ich glaub, ich sollte mal meine Wunden laufen. Der ist einfach so abgefallen. Okay. Mich interessiert es ja nicht mehr. Ich brauch ja nur noch Perks. Äh. Aber ich nicht. Der hat seinen Kopf verloren. So, gepuncht. Was wollte ich überhaupt? Ach so, Teleport-Granaden. Kann ich mir upgehen? Ja. Eine Granate. Äh, Dings. Kontaktgranaten. Oh, scheiße. Meine Lieblingsrunde. Ja. Wenn, dann ist ja dieser Raum offen da, oder? Okay. Gut. Ja.